Borussia Dortmund hat sich mit einem 1-0-Sieg über Paris Saint-Germain eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale verschaffen können und in diesem Video analysiere ich, wie Ihnen und Trainer Edin Terzic das gelungen ist. Zunächst einmal hat Dortmund PSG in deren 4-3-3 im Spielaufbau auch mal hin und wieder hoch angelaufen und unter Druck gesetzt, um nicht dauerhaft tief zu verteidigen und zu einem guten Mix aus Pressing und tieferem Verteidigen gefunden. Weiter hinten und in großen Teilen des Spiels war es dann ein 4-1-4-1 Mittelfeldpressing vom BVB. Das sehen wir hier, während wir auch die Formation von Paris im Ballbesitz sehen und sobald sie den Ball etwas höher hatten, sind sie aus ihrem 4-3-3 in das gewohnte 3-2-5 übergegangen. Wobei gerade in der Defensive Lucas Hernandez als zentraler Innenverteidiger agieren musste, ist ja eigentlich für den linken Innenverteidiger prädestiniert, also als Linksfuß extrem spielstark, körperlich nicht der stärkste. Dafür hat dann Nuno Mensch als linker Innenverteidiger im Ballbesitz agiert, was halt überhaupt nicht zu ihm passt. Der ist eigentlich klarer Außenverteidiger, wenn nicht sogar eher Schienenspieler in einer 5er-Kette, also dass er dann den Flügel in der Breite besetzt. Aber als halblinken Verteidiger im 3er-Aufbau habe ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen und er hat das ja auch nicht sonderlich gut gemacht. In der ersten Halbzeit wollte PSG vor allem durch das Zentrum spielen, das der BVB aber extrem kompakt verteidigt hat und da fast nichts durchgelassen hat. Dazu habe ich hier auch nochmal eine Beispielszene, da ist es Maikinhos, der den rechten Innenverteidiger gespielt hat. Der könnte hier zwar über Außen auf Hakimi spielen, macht es aber nicht, bricht ab und verlagert es auf die andere Seite, weil er eben im Zentrum keine Passoption findet. Sowohl die Doppelsex als auch Dembélé im Halbraum sind zugestellt. Er bekommt dann Druck von Brandt, der für das Anlaufen von Maikinhos zuständig war, verlagert es auf die andere Seite und da steht dann Nuno Mensch vor dem genau gleichen Problem. Fabian Huiv im Halbraum und die Doppelsex sind nicht anspielbar und er spielt halt wieder hintenrum, anstatt Barcolar links in der Breite anzuspielen, den man hier zwar nicht sieht, aber der war da auf jeden Fall da. Dass PSG zunächst vorhangig den Weg durchs Zentrum forcierte, zeigt diese Szene hier auch nochmal ganz gut. Da geht einmal ein Passkorridor im Zentrum auf, Vitinha spielt auf Mbappé, der klatscht auf Fabian Huiv, der kann dann mal mit ein bisschen Tempo auf die Abwehrreihe von Dortmund zugehen, hat auch Anspielstationen, vertändelt es dann aber. Hier hat der eigentliche Matchplan mal in Ansätzen funktioniert und es war eine der wenigen Aktionen, in denen man ein wenig gefährlich wurde in der ersten Halbzeit, weil ansonsten war ein Durchgang 1 eigentlich überhaupt keine Chance von PSG. Nichtsdestotrotz war PSG ja spielbestimmend, hatte deutlich mehr Spielanteile und auch Ballbesitz und so kam es durchaus auch mal vor, dass man Dortmund weiterhin reingedrängt hat und wenn sie eben wie hier tiefer verteidigt haben, hat sich bei Dortmund Adeyemi und oder Sancho fallen lassen, um in letzter Linie nicht von den fünf PSG-Spielern überladen zu werden. In der zweiten Halbzeit hat PSG dann den Plan im Ballbesitz so ein bisschen angepasst, vermehrt über außen gespielt, wo sie die Flügelspieler in ein 1 gegen 1 gegen den Verteidiger isoliert haben. So konnten sie dann vielmehr die Dribbelstärke von Dembélé und Barcola nutzen und auch von Mbappé, der sich öfters mal links rausfallen lassen hat und so kamen sie dann auch zu ihren Chancen. In der zweiten Halbzeit waren sie wesentlich gefährlicher. Hier zum Beispiel wird das Spiel rausverlagert. Mbappé war mal links außen frei. Sie dann nach innen, trifft den Pfosten und auch im Anschluss rettet der Pfosten nochmal. Also da hatte man auf jeden Fall Glück. Ansonsten kamen sie danach auch noch mehrfach über links diagonal in den linken Halbraum. Seht ihr jetzt im Hintergrund auch nochmal eingeblendet die zwei Szenen. Aber auch über rechts strahlte man Gefahr aus, ließ seine Chancen aber auch da ungenutzt. Hier findet Vitinha, der wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat, Hakimi, der durchgestartet ist. Der legt dann zurück in den Rückraum auf Ousmane Dembélé, welcher aber über das Tor schießt und das war auch nochmal eine richtig gute Chance vom PSG. Mit der Leistung gegen den Ball hat Dortmund, wenn auch teilweise mit etwas Glück, den Grundstein für das gute Ergebnis gelegt. Aber auch mit Ball hat der BVB immer wieder überzeugt, während PSG auch in dem Bereich in der ersten Halbzeit nicht die beste Herangehensweise wählte, nämlich im Verteidigen. Wie immer seit Luis Enrique im Amt ist bei PSG, hat man ein hohes Pressing gespielt und dem BVB schon hoch zugestellt und angelaufen. Und zwar sind sie es größtenteils Mann gegen Mann angegangen, haben dabei nur Riazon als spielerisch und technisch schwächsten Dortmund-Spieler freigelassen, um hinten eine Plus-Eins-Absicherung zu wahren. Genau das, also dass Riazon bewusst freigelassen wurde, hat Dortmund sich aber zunutze gemacht und immer wieder Riazon gesucht im Aufbauspiel. Der konnte den Ball dann vermehrt über die rechte Seite ohne Druck nach vorne treiben, weil auch Sabitzer und Sancho die nahegelegenen Gegenspieler oft durch gute Laufwege wegzogen, muss man an der Stelle auch nochmal loben und genau so kam der BVB häufig ins letzte Drittel gegen ein tief verteidigendes PSG und mit einem starken Jadon Sancho auf der rechten Seite. Der wurde dann wiederum von Riazon nach seinen mehrfachen balltragenden Läufen eingesetzt oder holte sich den Ball auch mal selbst tief in diesem großen freien Raum ab. So ist es kein Zufall, dass Sancho und Riazon das Spiels-BVB am meisten mit Ball am Fuß nach vorne getrieben haben. Ansonsten war der BVB ballsicher wie selten zuvor und erzielte der Leistung in Halbzeit 1 nach folgerichtig das 1 zu 0. Schlotterbeck krönte dabei sein starkes Spiel mit und ohne Ball mit diesem perfekten Pass in die Tiefe auf Füllkrug, der sich stark durchsetzt und trifft. Danach stellte man sich aber nicht nur hinten rein, sondern spielte weiter nach vorne und hatte auch weitere Chancen, selbst in der zweiten Halbzeit und gegen Ende des Spiels. Dabei war immer wieder Jadon Sancho beteiligt, der mit unglaublichen 13 von 18 erfolgreichen Dribblings eine absolute Masterclass ablieferte. Und dass sich der BVB auch in Halbzeit 2 weitere Chancen herausspielte, ist durchaus bemerkenswert, da PSG die rechte Seite in der zweiten Halbzeit besser in den Griff bekam, in dem Ruiz meist zwischen Riazon und Sabitzer nicht mehr komplett mannorientiert agiert hat, meistens halt eben dazwischen war und so reagieren konnte, je nachdem wo der Ball war. Daher konnte Riazon jetzt nicht mehr solche Läufe wie in Halbzeit 1 starten, aber Sabitzer hat sich dafür oft tiefer neben Emre Can fallen lassen und da ausgeholfen und so hat man dennoch Wege gefunden nach vorne zu kommen, denn man fand einen guten Mittelweg zwischen langen Bällen auf Füllkrug und einem dennoch teilweise riskanten Aufbauspiel, um ins letzte Drittel zu kommen. Ansonsten hat man alles weiterhin so gut es ging im 4-1-4-1 wegverteidigt und dabei ja auch kein Gegentor kassiert, teilweise glücklich, aber das war schon echt gut. Durch die falsche Herangehensweise von PSG mit und ohne Ball in der ersten Halbzeit konnte der BVB gut ins Spiel starten und verdient in Führung gehen. Im weiteren Verlauf hat sich gezeigt, dass Dortmund im Kollektiv auf jeden Fall mithalten kann, aber durchaus auch das nötige Glück braucht. Bleibt man sich treu und spielt weiter mit, kann man im Rückspiel mit einer besseren Chancenverwertung das Unmögliche möglich machen und ins Finale einziehen. So viel erstmal zum Hinspiel von Borussia Dortmund. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Spiel, zu meiner Analyse in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir wie immer gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.